Jo, einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute und herzlich willkommen bei neuen Völkern vom SuperTuxCard STK, abgekürzt und wir fahren weiter. Wir haben jetzt hier links noch die beiden Level. Ich mach mal den Monster hier kurz weg, jo. Oh, das war dumm. Hupe, yeah. Turbo reinhauen. Durch die Wüste. Ja, die Hupe gibt's ja auch bei Trackmania Nations und das ist immer richtig geil, weil da kann man die Leute im Online-Modus richtig nerven. Was ist denn das hier? Puh, oh cool, ein Schädel von irgendwas. Ich hab da mal gern. Ich will den gern ins Wasser kippen. Einfach nur mal aus Spaß an der Freude. Ihr seht, da ist ein Level, wo man 125 Punkte braucht. Was? Ach egal, naja, ich will jetzt ja nicht so viel Zeit verlieren mit irgendwelchem Unfug und stattdessen lieber racen und wir fahren dort links in das Haus vom Nikolaus. Nein, natürlich nicht. In die Bude von einem Ureinwohner, reise euch den Amazonas und ab dafür. Wir machen erstmal die... Ach, wir versuchen es gleich mal direkt mit der Größen, mit der Schweren. Das Blöde an dem Spiel ist, wenn wir hier die mittlere Zeit nicht schaffen, dann zählt das natürlich nicht für die mittlere Zeit. Das ist nicht so gut gemacht, finde ich. Vielleicht schaffen wir es ja. Da vorne wird schon fleißig gekegelt. Hier kann man eigentlich den Turbo reinhacken. So, jetzt haben wir im Moment die Führung inne. Ha, Volltreffer! Da haben wir es dem Typ aber gezeigt, hier haben wir richtig schön weggeboult. Und ein Jump. Oh, da muss man aufpassen, dass man hier nicht zu verzieht. Da müssen wir in der nächsten Runde weiter links fahren, glaube ich. Na. Nicht so weit innen driften, glaube ich. Oh, was habe ich das für eine Scheiße gemacht? Das war... Ha, und wieder getroffen. Das ist immer relativ schwer, aus der Rückwärtsperspektive da irgendjemanden zu treffen. Ja, ein großes Nitro kann man immer gebrauchen. Und die letzte Runde. Jetzt nochmal alles an Nitro einsammeln, was wir kriegen können. 30 Sekunden haben wir noch. Es wird knapp. Auf jeden Fall. Noch 20 Sekunden. Noch 14. Es wird knapp. Es wird richtig, eine richtig knappe Nummer. 8 Sekunden noch. Es müsste sich ausgehen. Ja, Woll! 2, 13. Und wir hatten noch... Wie viel Zeit hatten wir noch? 5 Sekunden? Wow. Auf Anhieb die Goldmedaille im Amazonas. Goldene Trophäe, meine ich natürlich. Schwierigste Herausforderung ist gemeistert. Und da gibt es neue Strecken, die freigeschaltet werden. Einmal den Hass, die Hassjänder. Der Zen-Garten und der Pinguin-Spielplatz sind dann mit dabei. Wunderbar. Und so schnell geht das doch. Und das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um hier... Das Ding hier ins Wasser zu kicken. Oder wir machen noch ein zweites Rennen. Weiß ich nicht. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich habe eigentlich noch ein bisschen Zeit. Für ein Rennen. Was muss ich hier machen? Nitro-Punkte muss ich hier einsammeln in einer bestimmten Zeit. Gehe ich mal auf die Mitte. Also ich muss hier jetzt zwölf... Zwölf Nitro einsammeln. Rechts unten in der Anzeige seht ihr es auch. Dieser hellblau hervorgehobene Bereich, der muss gefüllt sein. Und das heißt vermutlich, dass ich kein Nitro einsetzen darf. Das ist nicht so toll hier. Hier vorne kommen schon die ersten. Zwei sind schon eingesammelt. Hier durch die Wüste geht es hier. Seife. Nein! Jetzt habe ich auch noch den Knopf gedrückt, um das Nitro einzusetzen. Das war dumm. Der Knopf ist jetzt mal tabu. Aber da vorne sehe ich schon die nächsten. Wenigstens einer eingesammelt. Ach ne, da habe ich verpasst. Oh. Welcher Knopf war das jetzt? Ich traue mich gar nicht. Doch, ja. Zweite Runde. Zwei Minuten Zeit. Da rechts ein Kamel. Es guckt uns zu. Kurz ein bisschen beschleunigen. Eine Bowlingkugel wieder jetzt hier unten. So. Ich bleibe mal hier auf dem Kurs. Jetzt bin ich auch noch hier reingefahren. Ins Kaugummi. Und jetzt einfach die letzte Runde müsste man eigentlich schön durchschrubben können. Gelegentlich mal Nitro einsammeln und dann müsste das eigentlich passen. Nicht hier durchs Hindernis fahren. Genau. Schön ausgewichen. Kurz driften für ein bisschen mehr Speed. Wow. Nein! Jetzt habe ich hier alles verpasst. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ziel 2 oder 3 höchstens noch. Einer noch jetzt. Und das Ziel ist auch schon in der Nähe. Ja. Los, los, los. Obwohl, das müsste eigentlich ausgehen. 10 Sekunden noch. Und, ja. Was willst du dazu sagen? Wir haben es doch deutlich geschafft. Ja, das bringt 9 Punkte. Ich habe es jetzt mal kurz abgebrochen. Das heißt, wir haben jetzt schon 58 Punkte. 4 goldene, 2 silberne. Und wir haben hier auch schon einige Strecken jetzt wieder neu freigeschaltet für die nächste Folge. Und jetzt mache ich es doch noch. Komm. Da kommt der nicht hoch. Was ist denn hier los? Jetzt. Turbo reinhauen. Ui. Jetzt ist aber spektakulär durch die Kante gehauen. Das ist das In-Hohl. Vielleicht kann man das irgendwie sich überstülpen. Das finde ich auch neckisch. Nicht dort rein. Und... Ha. Ah, es klitscht da drüber. Und wenn ich da drüber fahre, versenke ich mich. Ja. Cool. Oder auch nicht. Also, wir haben zwei Runden heute geschafft. Das klingt ziemlich schnell. Ziemlich schnelle Folge. Wie es doch sein muss. Und es heißt an dieser Stelle sage ich immer mal vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.